Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zur Sternzeichenlegung für den Monat April. Und hier geht es um die Sternzeichenfische. Kann natürlich auch für den Aszendenten Mond- oder Venuszeichen interessant sein. Die Art der Legung gestaltet sich heute etwas verkürzter, weil ihr hört es, meine Stimme ist im Moment nicht die beste und um die nicht über zu strapazieren, habe ich mich für eine kürzere Legeart entschlossen für den Monat April. Ich stelle euch die verwendeten Kartendecks jetzt gleich vor, damit wir dann hintereinander loslegen können. Es gibt jeweils eine Karte und zwar einmal aus dem Krafttier-Orakel-Deck, damit wir wissen, welches Krafttier euch im Monat April begleitet. Dann gibt es eine Karte aus dem Merlin-Orakel-Deck. Auch die finde ich immer sehr aussagekräftig. Des Weiteren gibt es eine Karte aus dem Orakel der aufgestiegenen Meister. Und als letzte Orakel-Karte ziehe ich eine aus dem Deck die Magie der Göttinnen. Dann gibt es vier Karten aus dem Psycho-Futura-Deck von... Ach, jetzt habe ich den Namen. Karoline, glaube ich. Nee, Carola, Entschuldigung. Carola Winter. Ja, ich habe hier so viele Decks, ich komme manchmal wirklich mit den Namen schon durcheinander, da die ja immer benannt werden sollen. Carola Winter. Und falls ihr Interesse an diesem Deck habt, das könnt ihr bei winternet.dv erwerben. Und dann gibt es zuletzt noch vier Karten aus dem Epic Light Lennemore-Deck von Kesslin Bergmann. Und als krönenden Abschluss ziehe ich noch eine Karte aus dem Seelensterne-Deck von Monas Seelensternen. Das sind so ein bisschen auch an der Astrologie angelehnte Karten. Man sieht ja hier Mars oder das vierte Haus, wie hier, zweite Haus und so weiter. Aber die geben mitunter, gerade bei diesen Monatslegungen, doch immer noch ein I-Tüpfelchen, sodass man da vielleicht noch das eine oder andere gut rausziehen kann. So, ein Zeitstempel bedarf es nicht. Natürlich ist auch das heute wieder eine allgemeine Legung, wie meine sonstigen auch. Das heißt, es kann auf euch zutreffen, muss es aber nicht zwingend. Horcht in euch rein und erkennt, was hier wirklich für euch interessant ist, wo ihr euch einfach wiederfindet. Wo man sagt, ja doch, das ist so meine Richtung, ich denke, das trifft für mich zu. Des Weiteren natürlich mein Dankeschön. Ich habe jetzt mit eurer Unterstützung 1500 Abonnenten. Und dafür danke ich wirklich von ganzem Herzen all denjenigen, die hier das Glöckchen aktivieren. Natürlich gilt mein Dank auch den Fleißigen, die hier einen Daumen hoch hinterlassen und wirklich bezaubernde Kommentare. Ich staune immer wieder, wie liebenswert ihr manches kommentiert und bin euch auch dafür wirklich ganz, ganz doll dankbar. Und jetzt schauen wir als erstes, welches Krafttier begleitet die Fischegeborenen im Monat April. Da haben wir den Kolibri mit der Überschrift Herzfrequenz. Das Juwel in deinem Herzen beginnt zu leuchten und zu strahlen und schenkt dir neue beglückende Erlebnisse in der Liebe. Ja, vielleicht wartet auf den einen oder anderen Fischegeborenen im Monat April hier etwas Besonderes in der Liebe. Wir schauen mal weiter. Vielleicht wird das hier noch unterstrichen oder verdeutlicht. Und da haben wir die Karte bei Merlins Orakel, die Mistel. Schutz, Magie und Liebesglück. Zauberhafte Naturkräfte hüllen dich ein, tragen dich in den Seelenschrein. Hier findest du Schutz, Stärke, Kraft und eine erhöhte innere Sicht, damit das geistige Licht hervorbricht. Das heißt, du bist hier begleitet, du bist unterstützt, du hast den Schutz, die Stärke, all das wirklich an deiner Seite. Und kannst mit dieser Schutzmagie dieses Liebesglück, was sich hier auch noch einmal darstellt, erwarten und begrüßen. Also es scheint hier für viele von euch Fischegeborenen ein Monat zu werden, der vielleicht die eine oder andere Veränderung in der Liebe für euch bereithält. Und bei dem aufgestiegenen Meistern haben wir die Karte, Sorge für dich selbst, Mutter Maria. Ja, in erster Linie sollte dich natürlich diese Aussage auch begleiten. Das heißt, man sehnt sich nicht nach der Liebe, um versorgt zu werden. So sollte es zumindest nicht sein. Sondern in erster Linie weiß man, man kommt alleine klar. Aber die Liebe, die macht das Leben eben schön. Die gibt dir einfach das Gefühl, alles leichter packen zu können. Die Karte bedeutet, schaffe ein Gleichgewicht zwischen deiner Fürsorge für andere und für dich selbst. Ruhe dich aus. Sorge auch für deinen Körper. Das heißt, bei all dem, was du vielleicht jetzt hier, was hier an Liebe dir entgegengebracht wird, darfst du dich selbst nicht vergessen. Weil im Grunde genommen du dann vielleicht auch so viel Geball zurückgeben möchtest. Einfach aufgrund dessen, dass du das genießen kannst. Dass du das Gefühl hast, ey, das ist so ein Glücksgefühl, ich könnte alles um mich herum vergessen, alles abgeben, jedem helfen, jedem daran teilhaben lassen. So weit sollst du nicht gehen. Das sagt dir hier diese Karte. Vergiss nicht, auch du selbst zu sein. Also das heißt, nicht nur für andere dich sorgen und dich aufopfern, sondern auch einen gesunden Egoismus behalten und sagen, das ist auch für mich jetzt noch wichtig. Und genau so schaffst du es nämlich, die Fröhlichkeit zu erhalten. Die Fröhlichkeit in deinem Inneren wirklich bewusst wahrzunehmen und zu erhalten. Wir haben hier die Magie der Göttin Baubo. Und das ist im Grunde genommen genau die Göttin, die das unterstützt. Die sagt, denk an dich, genieße, sei fröhlich. Genau, genieße dein Leben. Auch die Liebe. Genieße es in vollen Zügen. Aber vergiss dich selbst dabei nicht ganz. Die Botschaft lautet, nichts, absolut gar nichts. Kann dich deiner Weiblichkeit berauben. Du hast eine außergewöhnliche Gabe. Du zauberst ein Lächeln in das Gesicht anderer. Dies ist vielleicht die schönste und heilendste Gabe aller Gaben. Ja, mit Sicherheit ist das so. Wenn du durch dein Wesen, durch deine Art, andere Menschen, ja, wie soll man das ausdrücken, andere Menschen vielleicht auch aus einem tiefen Tal rausholen kannst, indem du sie mitreißen kannst, sie wieder, ja, ins Leben zurückholen kannst, wo man sagt, das hat mir jetzt gut getan, dass du da warst. Das beinhaltet diese Karte. Und wir sehen, es ist passend zu sagen, du sollst hilfsbereit sein, du sollst für andere da sein, aber auch immer noch dich selbst im Auge behalten. Hier wartet wirklich Liebesglück auf dich, was nicht alles sich nur auf die partnerschaftliche Liebe bezieht. Liebesglück, was sich hier auch darstellt, ist im Grunde genommen auch das an Liebe, was andere Menschen dir dankbar entgegenbringen. Auch das sind Zeichen der Liebe. Die Psycho-Futura-Karten zeigen hier die Karte Verteidigung. Vielleicht ist der eine oder andere in einer derartigen Haltung, dass er meint, er muss sich gegen irgendjemand verteidigen. Oder aber auch sich für seine feste Beziehung einsetzen. Das heißt, vielleicht musst du hier auch deine Beziehung verteidigen. Mit anderen Worten, kann es bei dem einen oder anderen von euch auch sein, dass von außen sich Menschen in eure Beziehung einmischen. Ihr habt hier das Liebesglück. Ihr habt hier die Aussage, dass es wirklich bei euch um wunderbare Situationen auch im Liebesbereich gehen kann. Aber man sieht ja hier, vielleicht müsst ihr diese Liebesbeziehung verteidigen. Vielleicht kommen von außen Menschen oder Situationen auf euch zu, die euch auffordern, das Ganze zu verteidigen. Und da sind wir wieder bei dem, was ich immer sage, bezieht die Liebe nicht immer nur auf die partnerschaftliche Liebe. Es kann hier auch eine Liebe sein, die ihr für eine gute Freundin empfindet, die vielleicht von außen angegriffen wird und die ihr verteidigt. Die ihr verteidigt und damit verhelft ihr dieser Person zur Heilung. Genau das ist hier auch wieder die Überschrift. Heilung, sorge auch für dich, sorge auch für dich. Aber wenn du merkst, dass deine Hilfe benötigt wird, dass du es schaffst, jemand aus dem tiefen Tal rauszuholen, dann sei für denjenigen da. Ja, verteidige diese Beziehung und verhilfe dieser Person zur Heilung. Verhilfe ihr zur Heilung und unterstütze das Ganze. Und da ist genau die Karte passend, andere unterstützen. Genau darauf läuft es hier bei euch, bei den Fischegeborenen hinaus. Ihr seid im Monat April aufgefordert, wirklich um euch herumzuschauen. Zu sehen, wer wirklich eure Hilfe, eure Zuwendung, eure Liebe braucht. Es ist, wie ich schon erwähnte, nicht immer der Partner. Es kann ein Familienangehöriger, ein guter Freund sein, der euch wirklich braucht, um hier aus einem tiefen Tal der Traurigkeit rauszufinden. Seid für ihn da. Vergesst euch selbst nicht dabei. Nicht endlos aufopfern, auch noch sich selbst im Auge behalten. Aber verteidigt nach außen hin auch diesen Einsatz, den ihr da bringt. Er wird vielleicht von dem einen oder anderen kritisiert und man sagt, meine Güte, was hängst du dich da so rein, dem ist nicht zu helfen. Bleibt dran. Bleibt dran. Und vertraut darauf, dass es möglich ist, demjenigen wirklich heilend zu unterstützen. Das ist hier die Aussage der Psycho-Fokura. Und jetzt schauen wir, was die Ländermordkarten hier noch bereithalten. Ja, das wird ein aufregender Monat, denke ich. Ihr könnt hier weise Entscheidungen treffen. Ihr werdet es auch weise erkennen, welche Wege, welche Art die richtige ist, um für andere Menschen da zu sein. Und ihr werdet erkennen, welche Art der Verteidigung notwendig ist, um diese feste Beziehung hier zu heilen. Und wir sehen hier das Ganze wirklich bestätigt. Ihr werdet durch diese Verteidigung, durch diesen Einsatz, den ihr hier bringt, einen Lebenszyklus beenden. Einen Lebenszyklus, der vielleicht auch für den einen oder anderen von euch erschwert war. Das heißt, hier war vielleicht einfach auch so eine Situation, wo ihr gemerkt habt, ich komme hier auch langsam an meine Grenzen. Ich verteidige denjenigen gerne, er ist mir wichtig. Aber ich muss auch noch an mich selbst denken. Und deshalb kann man in dem Fall nur sagen, der Weg hier zur Heilung, durch deine Unterstützung, der führt auch dazu, dass auch du hier einen Lebenszyklus beenden kannst. Einen Lebenszyklus, der auch dich etwas in Anspruch genommen hat, der dich belastet hat. Und hier sind Nachrichten auf dem Weg, bei vielen von euch auch im häuslichen Bereich. Das heißt, vielleicht hat das eine oder andere, wo hier eure weise Entscheidung gefragt ist, auch mit dem häuslichen Bereich zu tun. Das heißt, vielleicht entscheidet ihr euch für irgendeinen Wechsel im häuslichen Bereich, für einen Umzug, für eine Veränderung. Auf jeden Fall wird das Ganze in Gang gesetzt, auch durch Nachrichten. Das heißt, ihr werdet hier erkennen, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich ins Handeln kommen muss. Und diesen Lebenszyklus zum Ende zu bringen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und der Hinweis dieser Karten von Saturn deutet darauf hin, all das Gesagte wird besonders wichtig und entscheidend sein für jeden Samstag in diesem Monat April. Das ist im Grunde genommen der Hinweis, genau da dann, Organisation, Pflichten, zieh es durch. Genau dieser Hinweis ist passend hier zu dem, was gesagt wurde. Sich kümmern, auf dieses Liebesglück, Vertrauen, es auch annehmen, sich selbst aber nicht vergessen. Aber andere mitreißen, rausholen aus tiefen Situationen. Das Ganze auch verteidigen und weiter daran festhalten an dieser Beziehung. Denn damit kommt es zur Heilung, wenn du bereit bist, andere zu unterstützen. Und hier habt ihr noch einmal das Ganze unterstrichen. Zieh es durch. Und das mit dem Hinweis, dass ganz entscheidend jeweils der Samstag in dem Monat April für euch entscheidend sein wird. Meine lieben Fische, ich wünsche euch einen fantastischen Monat April und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Liebe für euch. Bis bald. Drei